Alle Zellen unseres Körpers sind von einer Zellhülle umgeben. Außen auf diesen Membranen befinden sich Empfangsstellen, die Rezeptoren. Die Rezeptoren funktionieren wie Schlüssellöcher. Die passenden Schlüssel sind meist körpereigene Botenstoffe. Ein wichtiger Botenstoff ist das Hormon Insulin. Insulin. Es wird in den Zellen der Bauchspeicheldrüse gebildet. Wenn nach dem Essen der Blutzuckerspiegel steigt, wird das Insulin freigesetzt und schwemmt im Blut durch den Körper. Trifft es auf einen Insulinrezeptor, geht es wie ein Schlüssel entschloss. So wird der Zelle mitgeteilt, dass sie Zucker aus dem Blut aufnehmen soll. Je nach Gewebe befinden sich auf der Zelloberfläche unterschiedlich viele Insulinrezeptoren. Die Anzahl hängt davon ab, wie oft das Gen für den Insulinrezeptor auf Chromosom 19 abgeschrieben wird. Eine Muskelzelle besitzt tausendmal mehr Insulinrezeptoren als zum Beispiel eine rote Blutzelle. Muskelzellen haben viele Insulinrezeptoren, da der Zucker als Brennstoff für die Muskeln gebraucht wird. Muskelzellen Muskelzellen